Auf Vivi sehen wir den ersten Mickey Mouse Comic und sehen wir vielleicht in Zukunft sogar noch sehr viel mehr von Mickey Mouse auf Vivi in Comic Form. Außerdem schauen wir uns den nächsten Marvel Comic auf jeden Fall an und zum Schluss schauen wir uns dann auf jeden Fall nochmal ganz kurz den Kryptomarkt an und spezifisch natürlich den Omi Token. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall da draußen wissen solltest. Und ich würde sagen, ja wir starten heute direkt rein in das ganze kurze Video, denn es wird nicht allzu lang heute. Wenn du aber in Zukunft auf jeden Fall solche kurzen Videos feierst, dann abonniere auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Wir stehen kurz vor den 600 Abonnenten und mich würde es auf jeden Fall riesig freuen, wenn wir wirklich noch dieses Jahr die 600 Abonnenten hier auf diesem Kanal knacken würden. Auf Vivi sehen wir die ersten Mickey Mouse Comics, einmal das Topolino Cover und dazu noch die Ice-Sword-Sage bzw. die Ice-Schwert-Sage in dem Fall hier nochmal mit weiteren vier Heften. Und das Ganze ist tatsächlich, wie ihr schon seht, das erste Mickey Mouse Comic, überhaupt was wir sehen werden. Und das nämlich am Mittwoch, dem 7. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit mit, wie gesagt, insgesamt fünf Covern. So sehen die Cover einmal aus. Für mich persönlich als ehemaliger Mickey Mouse wirklich auch Fan, kann man sagen, ist das auch eine sehr, sehr coole Sache. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir in Zukunft hier noch sehen werden. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir tatsächlich sogar in Zukunft hier zum Beispiel lustige Taschenbücher sehen könnten auf Vivi. Denn das gehört ja unter anderem auch zum Sortiment von Mickey Mouse Heften. Und dementsprechend würde das meiner Meinung nach jedenfalls hier sehr, sehr gut reinpassen. Und würde definitiv auch nochmal eine ganz andere Altersklasse hier mit bei Vivi reinbringen. Und nochmal digital ist das sowieso ja nochmal sehr viel besser, meine Meinung nach jedenfalls. Und wie gesagt, das sind auf jeden Fall die Hälfte, die wir sehen werden am Mittwoch. Und wenn du auf jeden Fall hier immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, was die kommenden Jobs angeht, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Ja und anschließend schauen wir uns den heutigen Comic-Job einmal an, den wir sehen werden. Nämlich Avengers Hashtag 112 aus dem Jahre 1963. Also wir sprechen hier schon von einem etwas älteren Comic. Und hier sehen wir nämlich die First Appearance of Mantis. Und wir schauen uns erstmal an, wer ist denn überhaupt diese Mantis? Diese Mantis ist im Prinzip ein Mitglied der Guardians of the Galaxy. Und die hat hier in dem Fall ihren Erstauftritt. Und das ganze Comic werden wir heute sehen um 17 Uhr deutscher Zeit. Und das sind einmal die Cover, die wir alle sehen werden. Für mich persönlich ist das jetzt kein Drop, den ich mitnehmen werde. Auch wenn wir uns gleich mal die Daten auf Go Collect anschauen und die nicht allzu schlecht aussehen. Wir haben es hier natürlich wieder mit einer super Limited Edition zu tun. Das heißt mit insgesamt nur 10.000 Editions. Der Listenpreis unverändert bei 7 Gems. Und insgesamt wie gesagt hier 10.000 Editions Verteilung wie immer an dieser Stelle. Und natürlich wie immer hier auch mit exklusiven Rare und Ultra-Rare-Covern. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall mal die Daten von Go Collectern. Und wie gesagt, die sind nicht allzu schlecht jedenfalls. Bei der 9.6 wurde das Ganze schon für 2.900 US-Dollar verkauft. Das ist nicht allzu schlecht. Das darf man hier auf jeden Fall nicht unterbewerten. Aber wenn man sich die anderen anschaut, eine 9.2 für 290 Dollar. Da ist ja immer ein sehr, sehr großer Preissprung. Warum das Ganze passiert, das kann ich euch persönlich nicht jetzt sagen. Aber nichtsdestotrotz sehen wir auf jeden Fall hier die 9.6 mit so einer doch gar nicht mal so schlechten Bewertung. Also dementsprechend muss man hier auf jeden Fall selber wissen. Aber ich denke, es ist auch wie ein Comic, was man hier auf jeden Fall mögen muss vom Cover. Und vielleicht wo man auch eine Rare für 7 bis 10 Gems definitiv mitnehmen kann. Zum Beispiel für den MCP. Ja und jetzt kommen wir mal ganz kurz auf Michael Adler zu sprechen. Michael Adler ist unter anderem auch ein Mitglied des VV-Teams. Und er wird hier auf jeden Fall schauen, dass er nächstes Jahr 2023 auf der NFT New York 2023 am Start ist, im April. Und dort eventuell über das VV-Verse, wie auch zum Beispiel das MCP-Programm reden wird. Wer nicht weiß, was ist denn überhaupt diese NFT New York? Das ist wirklich eine große Messe, wo es natürlich ringsherum um NFTs geht. Und natürlich nicht nur in dem Fall dann zum Beispiel um VV, sondern natürlich dann um sehr viele andere NFT-Projekte, wie zum Beispiel Bored Apes, sehr, sehr, sehr viel mehr. Da sind auch große Gäste mit dabei, wie zum Beispiel Logan Paul, Gary Vaynerchuk und sehr, sehr viel mehr. Also wirklich sehr, sehr viele Leute, die hier am Start sind. Und dementsprechend auf jeden Fall hier auch eine extrem interessante Messe, die man definitiv nicht unbeachtet lassen sollte. Wenn natürlich hier Michael Adler VV auch nochmal ein bisschen ins Spiel bringt und nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit in der NFT-Branche hier schürt, dann ist das auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Ja und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall nochmal den Kryptomarkt an. Wo stehen wir denn momentan überhaupt von den Preisen? Bitcoin ist momentan bei 17.000, bei knapp 1.300 US-Dollar. Und der OMI-Token befindet sich gerade wieder bei den 3.0, momentan 3,9% im Minus. Und wir sehen auf jeden Fall jetzt hier auch gerade wieder einen kleinen Abverkauf. Wir hatten ja hier einen, ja doch relativ großen Push nach oben gesehen. Jetzt haben wir hier aber wieder bei der Grenze von 0,001 auf jeden Fall gestoppt. Wurden hier auch mehrmals abgestoßen und konnten hier nicht durchbrechen durch diese neue Resistance. Ob wir jetzt diese Resistance brechen werden oder nicht, kann ich euch natürlich nicht sagen. Ich bin kein Hellseher. Aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, dass wir noch tiefere Preise wieder sehen könnten. Eventuell wieder Preise hier von den etwa 0,007. Ich persönlich betreibe auf jeden Fall momentan DCA. Ich habe hier unten gekauft, ich habe auch hier gekauft, weil das einfach sehr, sehr gute Preise sind, die man definitiv mitnehmen kann. Wie gesagt, ob wir jetzt nochmal einen kleinen Push nach unten sehen oder auch nicht. Das ist natürlich alles etwas, was ich euch einfach nicht sagen kann, weil ich es auch persönlich nicht weiß. Also das sind einfach exogene Faktoren, die ich persönlich nicht beeinflussen kann. Aber ich denke mal, mit DCA macht man hier zum momentanen Zeitpunkt wirklich sehr, sehr wenig falsch und kann hier auf jeden Fall sich in Zukunft einen sehr, sehr guten Durchschnittswert aufbauen von seinem Portfolio. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit diesem ganz kurzen, wichtigen Video für dich da draußen mit den wichtigsten Bibi und auch Ecomi News. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gebt dir das Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.